Unruhe im Bankensektor, Finanzkrise 2.0, wie es auch von manchen bereits wieder ausgerufen wird. Wir wollen uns anschauen, auf welche Daten Anleger schauen können, um das eigene Risiko einzuschätzen und welche Überlegungen grundsätzlich anzustellen sind, unabhängig davon, ob die eigene Bank gerade in Schlagzeilen ist oder auch nicht. Zunächst ein sehr guter Indikator der Europäischen Zentralbank. Hier versucht man den Stress im europäischen Finanzsystem zu messen. Sie sehen die Entwicklung hier entsprechend dargestellt. Natürlich ging das in der jüngeren Vergangenheit etwas nach oben. Natürlich das glaube ich ganz klar, aber wir sehen auch hier, wir sind nicht auf dem Niveau, wo wir uns in der Finanzkrise befanden und auch die Situation rund um die Euro- und Staatsschuldenkrise hatte noch etwas mehr Dynamik. Also das ist natürlich schon erstmal ein Indikator auf der sehr nach oben geschobenen Makroebene. Auf was man noch blicken kann als Anleger, der Geld bei der Bank hat. Sie wissen, Einlagen bei der Bank sind ein Kredit an die Bank, wiederum besichert durch die diversen Einlagensicherungssysteme. Hier macht es natürlich Sinn, sich mit der Funktionsweise zu beschäftigen. Und da finden Sie sehr gute Informationen, zum Beispiel hier auf der Webseite www.einlagensicherung.de. Hier ist das nochmal auch erklären. Hier gab es auch Reformen in der jüngeren Vergangenheit. Und Sie sehen sie auch hier schon, Begrenzungen von 5 Millionen Euro, beziehungsweise auch für Unternehmen von 50 Millionen Euro. Also auch wer auf die Einlagensicherung grundsätzlich vertraut, der sollte sich mit dieser Reform beschäftigen und darüber nachdenken, ob er davon betroffen ist. Das wird die meisten privaten Anleger nur am Rande interessieren. Aber für die größeren Anleger unter Ihnen oder auch die Firmen macht es durchaus Sinn, sich das Thema mal in Ruhe zu betrachten. Wenn wir also Einlagen bei der Bank haben, weil wir diese Gelder nicht über Geldmarktfonds breit diversifiziert haben oder ohnehin über Anleihen oder Staatsanleihen individuell strukturiert und optimiert haben, dann stellt sich natürlich die Frage, was müssen wir denn im Blick halten bei den Banken, die wir nutzen, um unsere Einlagen zu halten, wie wir das natürlich auch brauchen. Wir alle haben laufende Einnahmen, laufende Ausgaben, Firmen haben Einnahmen und Ausgaben, Personallöhne, Lieferanten, Rechnungen werden bezahlt und so weiter. Und hier mal beispielhaft mitgebracht, wenn Bankguthaben dann Hausaufgaben machen. Man kann natürlich auf den Aktienkurs schauen als ein Indikator, dann natürlich auch immer relevant, wie bemerkt der sich. Das andere sind natürlich die Kreditausfallversicherungen. Auch hier, man kann natürlich auf den Index insgesamt schauen, aber man kann auch diese Kreditausfallversicherung CDS für sein eigenes Bankinstitut betrachten. Und auch interessant natürlich der Kursverlauf von Anleihen. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch jüngst gesehen, dass zum Beispiel auf der Index-Ebene die Rendite von Anleihen sich ja auch entsprechend verändert hat. Die ist entsprechend auch gestiegen. Was bedeutet im Umkehrschluss Kurs Verluste? Und hier muss man auch schauen, wie sieht das auf der Index-Ebene aus? Wie sieht das für meine Bank entsprechend auch? Und zusätzlich natürlich auch noch auf die Ratings der verschiedenen Agenturen. Hier gilt es aber zu unterscheiden zwischen dem Rating eines Institutes, was gegebenenfalls anders ausfallen kann als das Rating einzelner Anleihen. Also das sind mal die Basis-Themen. Davon natürlich nochmal abgrenzend wahrzunehmen, was steht im Prospekt und was für eine Anleihe handelt es sich. Ist es ein Pfandbrief? Dann ist das natürlich was ganz, ganz anderes als die sogenannten Kokos oder AT1, was ja momentan im Kontext der Credit Suisse speziell stark diskutieren wird. Also auch hier gilt es natürlich, die Prospekte zu lesen oder sich jemanden zu suchen, der die Risiken entsprechend streut, der weiß, was hier passiert und dann vielleicht auch mal einen Blick in die Prospekte wirft, um zu wissen, welche Risiken man eingeht. Weil oft ist es so, Risiken werden kompensiert. Das war zumindest bei den Nachrang-Anleihen im Fall der Credit Suisse. Aber es gibt auch viele Situationen, da werden Risiken nicht kompensiert. Zum Beispiel, wenn Sie Kunde bei einer börsennotierten Bank sind, schauen Sie doch mal, wie die Konditionen für Ihr einjähriges Festgeld sind und welche Konditionen Sie letztendlich bekommen würden, wenn Sie die Anleihe im Kapitalmarkt kaufen. Aber auch hier gilt, es ist natürlich ein anderes Sicherungsniveau und von daher die jüngsten Ereignisse zeigen mal wieder, es macht schon Sinn, auch seine Hausaufgaben in einem oft langweiligen Feld wie dem Management der liquiden Anlagen zu machen. Und das hat noch gar nichts mit der Kapitalanlage zu tun. In diesem Sinne darf ich Ihnen noch eine gute Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.